Hallo, hier ist Sonja und wir sind heute Höhlenmenschen und Julian ist ein Kaktus, der vor einem Kaktus steht und man kann ihn eventuell ein bisschen schlecht erkennen. Aber ja, was soll man sagen? Okay, ich bin der aggressive Tobias. Au! Greift er dich an? Ich sterbe! Ehrlich? Sonja, Sonja greift mich an! Ey, ey, ich wollte in die Kiste. Ich wollte in die Kiste greifen. Ich habe mich verklägt. Ich habe mich verklägt, Tops. Du weißt, es passiert mir manchmal. Du weißt es wirklich. Das ist wie wenn ich aus... Ich bin auch auf zwei Herzen. Das ist wie wenn ich aus Versehen was abhaue. Und das wollte ich nicht. Ja, ja, ja. Ronja hat eine zerstörerische Phase. Nein, ich wollte das nicht. Doch, Ronja ist böse. Ronja ist böse. Doch, Ronja ist böse. Nein, ich bin nur der aggressive Tobias. Vielleicht macht mich das böse. Ja, genau. Liegt das in der Natur der Sache? Ist das normal, dass man böse ist, wenn man der aggressive Tobias ist? Hä? Ey, wir sind alle heute in der Steinzeit. Richtig. Außer Tobias, der ist in der Holzzeit. Oh nein. Tobias, geh weg. Au, Tobias ist es. Es ist Tobias. Nein, ich bin es nicht, nein. Es ist Tobias, es ist sowas von Tobias. Hör ab, hör ab. Okay. Ich habe nur runtergeschoben. Oh nein. Ich habe ein volles Inventar. Ich bin ein Biest. Ich habe alles. Ich habe alles. Ich bin angegriffen. Julian, nicht mich angreifen. Was soll? Ey, was ist? Ja, ich bin sehr zufrieden. Ich kann nicht draufsteigen. So, dann kaufen wir uns ein paar davon. Nein, die beiden hat Dings drin. Die hat mir geregelt in der letzten Runde. Kann man testen gehen? Ich bin Crash. Können wir testen gehen? Oh nein. Flo ist weg. Ich glaube, ich komme wieder. Keine Angst. Ich lebe noch. Ich bin tot. Okay, ich renne Weiseroni jetzt. Au. Okay. Ja, ich glaube, er weiß, wer es ist. Ey, Tobias. Oh. Man chillt in sein Leben. Warum? Tobias, wieso? Ronja, du wirst es, Ronja. Ja, ach nee. Aber ich habe nicht gewonnen, weil Flo gecrashed ist. Ey, keine Angst, ich komme noch. Du wirst mich noch nicht besiegt. Warte, wieso ist hier ein Mini-Pferdchen? Das ist winzig. Das springt die ganze Zeit hoch und runter. Guck mal. Kann man irgendjemand zugucken? Sehst du das? Ne, wir sehen das. Bist du das Pferdchen? Nein, ich bin gecrashed. Ich komme erst drauf, okay? Warum ist dieses Pferd hier? Ich bin tot. Ich will das Pferd töten. Okay, keine Ahnung. Ich kann das Pferd nicht töten. Es ist zu klein. Es regnet. Ich habe alles, Flo. Ich habe diesen Command-Block-Dings durchgemacht. Nein. Deswegen habe ich drei Stacks von allem. Deswegen konnte ich mir alles kaufen, was im Shop kam. Hä, was? Woher hast du diesen Command-Block-Dings durchgemacht? Hä, wenn du den Command-Block-Dings durchschiebst, dann öffnet sich ja dieses kleine Geheimding. Und das triggert irgendwie. Du kannst einmal die Kiste gucken, aber dadurch, dass es drüber fährt, kriegst du drei Stacks Gold, drei Stacks Rubies, drei Stacks Emeralds. Echt jetzt? WTF? Ich habe das nie bekommen. Ehrlich nicht? Da bist du ein Fool. Ja. Ich kann mir jetzt 100 Growlists kaufen, wenn ich das möchte. Scheinbar sind die limitiert auf zwei. Ich kann mir nur zwei kaufen. Mach das Pferd dann wieder groß. Warte, wo ist denn das? Dreckspferd jetzt. Komm her. Ich ziehe mich nicht. Ich habe es gefunden. Wo ist es? Es ist dir runtergefallen. Ja, ich weiß. Aber warte, hier bist du. Warte, ich muss dich kurz töten. Oh, warte. Soll ich dich mit einer meiner vielen Heavy-Dudes abschießen? Ich hatte eine Soldier-Rüste. Nice. Ja, man könnte sagen, der Command-Block-Trick ist okay. Okay. Also. Pferdchen ist nice. Was? Okay. Was ist die Geschichte von einem Pferdchen? Wo kommt das her? Was ist da passiert? Das weiß niemand. Das weiß niemand. Ich kann es mir schon denken, von wem das kommt. So, was ist denn da los mit dem Pferdchen? Flo, möchtest du uns was sagen? Ich weiß nicht, warum du dich angucke. Ich weiß auch nicht, warum ich dich angucke. Ich weiß auch nicht, warum du volle Dings hast. Hä? Das habe ich dir gesagt. Okay, komm halt mit. Dann kriegst du jetzt einmal das volle Inventar. Nein, nicht ihm das volle Inventar geben. Er ist hundertprozentig Wolf. Ja, ist er. Bin ich der Wolf. 50, 50. Okay, warte. Wir machen den Command-Block durch. Ich bin hier schon am Mastrang. Kein Ding. Hey, kannst du die nicht mehrmals drüber schieben? Nein, das geht nur einmal. Danach ist er im Wasser. Komm, komm da runter. Du weißt doch, wo das Wasser ist. Du weißt doch, wo das ist. Ja. Okay, jetzt komm her. Komm beim Tester. Bist du hier? Wo? Da, wo wir angefangen haben. Da, wo der Kaktus steht. Ja. Okay, jetzt stell dich da hin. Und dann geh rein. So, als ich da gucke, du weißt, wo es aufgeht. Okay. So, jetzt kriegst du volles Inventar. Hä, hier ist nur ein Dings. Hier ist nur ein Dierschwert. Hä? Ich habe das Inventar gekriegt schon wieder. Warte, ich geb dir was. Was ist so? Ich bin gnädig. Hier, nimm. Hä? Du brauchst es nicht. Du brauchst es nicht. Ich bin der Schwarzwagdhändler. Oh, hallo Herr Schwarzwagdhändler. Ich habe einige Rubine, Emeraldos und Goldblöcke. Könnte man... Ja. Ja, bitte. Nein! Das ist natürlich kein Problem, weil der Schwarzwagdhändler hat genug Gehäld um alle wiederzubeleben. Das ist natürlich kein Problem, Star. Der Schwarzwagdhändler hat immer alle Waffen parat und kann auch mehrmals wiederbeleben. Das ist natürlich... Das haben wir gleich. Das macht natürlich nix. Der Schwarzwagdhändler hat natürlich immer alles, was man braucht. Sag mal, hat der Schwarzwagdhändler vielleicht ein paar Waffen, damit wir uns gegen die unsichtbare Gestalt wehren können? Die hab ich schon wieder gezahlt. Okay. Weißt du, du musst aber auch keine Angst haben. Der Schwarzwagdhändler. Das trifft sich ja gut. Das trifft sich ja gut. Oh, dankeschön. Ich glaub, mehr brauch ich gar nicht mehr. Das ist gleich. Okay, Ronja, warte mal. Okay. Der Schwarzwagdhändler hat gleich auch nicht. Ich muss kurz meine Rüstung aufladen. So. Das ist dumm. Das war ein Superman-Pad. Julian, ernsthaft jetzt. Teleport-Re-Klick. Julian, ernsthaft jetzt. Das war... Ach, Julian. Was hat Julian denn gemacht? Ich bin vor dem Kaktis-Shun. Ja, nee. Okay, ich benutze jetzt mein Illuminati-Pad. Furtonic. Confirm Tunic. Was? Hä? Das versteh ich nicht. Was ist ne Flower-Bike? Oh, warte. Jetzt hab ich ne Tunica. Oh, warte. Was? Hä? Wie schön. Und jetzt? Oh, was ist das? Oh, das ist ja nice. Äh, wo bin ich? Hä? Wo hat der Schwarzwagdhändler mich eigentlich hingefordert? Tops! Du hörst deinen Schrei. Julian has left the game. Ey, es wirkt fast so, als ob Tops gerade Julian getötet hat, oder? Ich kann mich irren, aber... Ich glaub, du würdest dich einfach nur. Es ist kein Ding, wenn ich sterbe, hab ich gehört, dass der Schwarzwagdhändler viel Gold zur Hand. Ne, der Schwarzwagdhändler ist auch tot. Was? Er ist auch tot? Okay, dann mach ich jetzt mein Rad. Ich mach noch ein Rad. Ich mach noch ein Rad. Ähm. Oh nein, mein Grizzly. Mein Grizzly. Mein Grizzly will mich töten. Okay. Oh Mist. Das ist nicht gut. Äh, Tops, wo bist du? Weiß ich nicht. Wo bist du denn? Ich weiß es nicht. Mein Kätzchen ist gerade aufgewacht und miaut. Er ist so süß. Oh nein, ich bin gecrashed. Oh Gott, Jürion, siehst nicht gut aus. Jürion sieht aus, als ob er ein Kaktus verschlungen hat. Jürion sieht aus, als ob er ein Kaktus verschlungen hat. Jürion sieht aus, als ob er ein Kaktus verschlungen hat. Ich bin zwischen der Tür stecken blieben. Oh nein. Sieht ungesund aus. Die Kisten sind alle leer. Oh nein, die Kiste ist nicht leer. Jürion. 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 Jürion, Jürion. Jürion, Jürion, Jürion. Okay, warte, warte, dann ist Hops der Wolf. Habe ich das richtig erfasst? Ich glaube schon. Okay, keine Sorge, ich habe ihn gesehen und er ist hier. Easy. Nice! Das, 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 das liefst Turnieren ist echt verrächtig. Du musst nicht gleich mal Rage quitten. Okay. Okay. Auf geht's, neue Runde! Ich bin der VW Golf, rum, rum. Oh mein. Aber was für ein Golf? Golf geht hier, oder? Ich weiß nicht, das wird jetzt hier nicht spezifiziert. War Polo. Sag doch einfach, du kennst dich nicht aus. Ja, sag du, ich bin VW Golf, aber das ist mir ein bisschen unspezifisch. Ich weiß nicht mehr, welche Farbe ich bin. Oh, leid, ich habe gerade einen Jackpot-Crate gehabt. Ich habe alles. Warum schlägst du mich? High-five wollte ich machen. Ich hole mir jetzt. Topf ist es! Ich habe ein Slime-Bad gehabt und Topf wollte mich töten. Oh, okay. Das stimmt. Okay. Obwohl, Flo könnte auch lügen, okay? Ich habe in der Vergangenheit habe ich Flo oft blind vertraut. Vielleicht war das mein Fehler. Ja. Jetzt kommt es los. Kommst du durch, Jobs. Hä? Ehrlich? Hä, was zur Hölle? Was ist denn? Hä, warte mal. Es gibt ein neues Portal? Hä? Ein Portal? Geht mal ins Portal rein. Hä? Das ist nicht das, was wir immer. In das obere Portal. Ne, du hast ja zwei Portale eigentlich. Nein, du hast ein Portal. Funktionieren die? Die funktionieren? Nein. Oh Leute, es gibt wirklich... Hä, die fünkeln schon immer, oder? Das hinter dem, hinter dem Haus. Und... Ah ne, Topf, es gibt zwei verschiedene. Eins mit dem Leuchtturm und hier. Okay. Was ist das für ein... Hä? Äh. 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 Okay. Das ist, äh... Oktopus im Kart. Du wolltest mich töten! Nein, ich wollte es nicht töten. Ich wollte es eigentlich runter ins Wasser schubsen. Aber... Naja. Es war ein bisschen unglimplich. Ich hätte dich nicht mit dem Schwert schlagen sollen. Okay. Können wir... Bonja, bist du die Wölfin? Nein. Warum ist Julian denn jetzt auf einem Pferd? Ah, das Pferd. Keine Ahnung, das ist mein Pferd. Was zur Hölle? Nein, ich tue das Springpferd. Okay. Oh nein, das Pferd sprang. Ja, hier galoppiert ihr den Sonnenuntergang. Hier zwei. Ähm. Meine Katzen miauen im Hintergrund. Hört man grad gar nicht. Irgendwie wenn du's jetzt, äh, wenn du's dann sagst, dann hört man's nicht. Der Pferd rufen. Ja, aber sie macht das gern, wenn ich rede. Okay. Wie machst du? Miauen. Warum? Ich weiß nicht, es gefällt ihr vielleicht. Einfach so ins Wort fallen. Flo! Oh, oh. Flo? Flo was? Hat das Flo gesagt? Hat das Flo gesagt? Okay. Ich hab'n Verdacht. Es ist wahrscheinlich Flo. Nein, ich bin's nicht. Aber ich bin ja auch nicht schuldig, weil die Rolle keine Rolle hatte. Oh. Ja. Aber es ist trotzdem Flo. Ich glaube auch. Bist denn Flo? Nein, ich bin's nicht! Okay, wenn du unschuldig bist, dann kann ich dich ja hauen, oder? Ich werde aber um mich herumschlagen, damit wir nicht hüten können. Ne, doch. Merkst du nicht, dass ich dich hüten gern? Was tust du? Wo ist der Wurst auf? Im Wasser unten bei der, äh, beim Start. Der Test-Up ist grad, der funktioniert nicht. Okay, weißt du was? Weißt du was? Ich hab'n Wolf-Retter. Lebensretter. Wenn du... Dann hau mich. Aber ich bin nicht der Wolf. Äh, so. Weißt du was ich mein? Wenn du der Wolf nicht bist, dann aktiviert sich der nicht. Aber das Ding hat doch neulich schon nicht funktioniert, oder? Hä? Wo bin ich hin? Flo hat sich weggeportet. Ne, Flo ist in der Decke. Oh nein, ich fühl mich sehr schuldig. Hä? Aber, warte mal, Ronja? Oh nein. Ich fühl mich sehr schuldig. Hä? Ich fühl mich sehr schuldig. Hast du gesehen, wie er Julian getötet hat? Nein. Hä? Oh nein. Es ist Tops. Nein, ich bin's nicht, ich bin's. Doch, du musstest doch sein. Nein, nein, nein. Verdammt, Mann. Hä? Ich wusste doch, Tops war mich töten. Ja, okay. Okay, Tops, ich glaub dir nie wieder, okay? Einfach nie wieder. Du darfst nicht, Tops, aber ich glaube. Ich hab's dir gesagt. Nee, ich sollte einfach immer auf Flo hören. Hä, warum? Guck, ich rede jetzt mit meinem Freund, dem Tintenfisch. Tintenfisch, wie geht's dir heute? Oh, hi, Tintenfisch. Oh, aggressiver Tobias. Oh, ja, bring ihn ins Wasser, da, wo er hingehört. Ja, retten wir den Tintenfisch. Ab in die Freiheit, mein Großer. Deine Katze ist Wolf. Hehehe. Ne Katze ist ein Lauter Mjauwer. Er ist Steven Block. Er ist Steven Block. Wo ist der? Kann man ihn weiter pushen? In das Wasser. Lass ihn ins Meer bringen. Nein, warte, warte, warte. Du schiebst ihn falsch. Er passt hier nicht durch. Du musst ihn links nehmen den Taster. Passt hier nicht durch. Ab ins Meer. Wir retten den Tintenfisch. Das wird nicht. Ey! Katze, wo bist du denn? Was willst du denn da machen gerade? Wir müssen ihn aussetzen. Er muss zu seiner Familie zurückkehren. Ab in die Freiheit. Wir wollen doch nur, dass du lebst. Aber er will nicht leben. Das Meer ist so weit weg. Wir werden es niemals schaffen. Du kannst ihn nicht beschlagen, denn er ist so sterblich. Der ist so sterblich. Ich werde ihn nicht halten können. Ist es tot? Nein, ich wollte... Warum? Ey, da hinten Fisch soll testen gehen. Ja. Nein. Irgendjemand rollt hier gerade. Irgendjemand beurrückt, was mein Katzen gerade macht. Deswegen. Ich wundere. Ja, die hinten. Ich geh testen. Okay, Ronja. Okay. Warte, hier ist ein Geschenke. Wieso kannst du Geschenke platzieren? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah. Jörn. Jörn is worth. Jörn is worth. So, was ist das? Schau mal los. Hey, willst du eine Wurfbombe? Ja. Ich habe Sloanis. Au. Hey. Ne, das war Jörn. Hey, warum hast du... Ist das nicht Lotto-Tapper? Ja, aber das war in der Kiste. Jörn rach ein. Jörn nicht. Aua, nicht. Okay, Jörn, du hast geschossen. Deswegen schließe ich jetzt auf dich. Doch, doch. Er ist frei. Oh nein, ich fühle mich sehr schuldig. Hä? Warte mal. Ich habe Jörn getötet. Er ist Tops. Er ist Tops. Ich bin's nicht. Doch. Ich bin's nicht. Ich bin's nicht. Ich fühle mich schuldig und... Ich bin's nicht. Ich bin's nicht. Vertrauen. Du bist Tops. Tops. Ja, gut. Was ist das mit dieser Folge? Wenn sie euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal. Und bis ihr nichts mehr verpasst. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht ist bisher meine Stimme auch wieder normal. Man kann nur hoffen. Ciao. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal.